Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9761 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich denke oft über meine Zukunft und meine Beziehungen zu anderen Menschen nach. Ich denke oft über meine Zukunft und meine Beziehungen zu anderen Menschen nach. Mandeln und Pistazien mit Gewürzen liegen in Papiertüten auf der Theke. Mandeln und Pistazien mit Gewürzen liegen in Papiertüten auf der Theke. Ich will das nicht weiter diskutieren. Das Thema ist für mich abgeschlossen. Ich will das nicht weiter diskutieren. Das Thema ist für mich abgeschlossen. Lass uns mal gemeinsam nachschauen. Ich bin in der Lage, meine Denkmuster zu erkennen und positiv zu beeinflussen. Ich bin in der Lage, meine Denkmuster zu erkennen und positiv zu beeinflussen. Ich bin gerne bei meinem Opa, weil er immer interessante Dinge mit mir unternimmt. Heute gehen wir in den Zoo. Heute gehen wir in den Zoo. Mein Lieblingswort ist Abenteuer. Mein Lieblingswort ist Abenteuer. Was ist dein Lieblingswort? Mein Lieblingswort ist Abenteuer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.